hallo youtube ist wieder soweit gibt ein neues video auf meinem kanal lang ist her jetzt schon bei zwei monate ich würde sagen wir schnacken nicht lange und gehen direkt ins video rein und zwar ist die aufnahme leider nur aus dem aufnahmeprogramm von fortnite selbst weil ich nicht gedacht hatte dass ich gewinnen werde ich habe ganz normal team gespielt mit auffüllen meine teammates sind anfangs schon gestorben und dann hieß es so dass es court viel spaß mit video folgt mir gerne auf tisch für weiteres live streams etc pp is Das war's für heute. 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 Das war's für heute.